Der Herr sagt, nur eine Gemeinschaft ist wirklich vonnöten. Liebst du mich, Geliebte? Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God 31. Januar 2011 Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online-Zusammenkunft für die kleine Herde des Herrn und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt Yahushua, Yahweh. Ich habe getrauert, doch wer hat angeboten, meine Tränen abzuwischen? Ich wurde ausgegossen, verspottet, geschlagen, gegeißelt und durchbohrt. Doch wer ist gekommen, um meine Wunden zu küssen? Meine eigenen Leute haben mich abgelehnt. Und jene, die sich bei meinem Namen nennen, haben mich gehasst und weigern sich, in meinen Wegen zu wandeln. Noch wollen sie etwas von mir annehmen. Sie stossen meine Hand immer weg, zugunsten ihres eigenen Weges. Auch jetzt fahren sie mit der Verfolgung meines Leibes fort. Ihre Herzen sind von einem bitteren und tiefen Hass erfüllt gegenüber mir, meinen Dienern und dem Wort aus meinem Mund. Was kann hier getan werden, Geliebte? Was soll ich sagen? Welches Wort werden sie hören, das nicht schon gegeben wurde? Und was ist mit euch, Geliebte? Ihr seid eingetreten. Doch wer von euch hat getrauert oder innegehalten, um nachzudenken? Ich sage euch die Wahrheit. Auch ihr stosst meine Hand weg. Auch ihr weigert euch, gebrochen zu werden. Und ihr leugnet die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, durch alles, was ihr sagt und tut. Vortäuschung und Heuchelei gibt es im Überfluss, auch bei euch, meine kleine Herde, mit Frömmigkeit und Urteilen ohne wahres Wissen und einem Vertrauen, das leicht zu erschüttern ist. Denn jeder von euch schaut äusserlich und stützt sich auf den Glauben und das Wissen anderer. Ihr esst wenig und nehmt noch weniger an. Ihr weigert euch, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ihr an meinen Worten teilhabt, lest ihr sie wie jemand, der weit weg ist, wie jemand, dessen Ohren nur wenig hören und der sich nur dann bemüht zuzuhören, wenn es ihm passt. Vertreht in eurer Aufteilung. Ihr nehmt an meinen Worten teil, wie jemand, der ein Stück einer Frucht verzehrt. Wie soll ich euch dann heilen? Wie werdet ihr dann die Haut dieser Welt abstreifen? Kleine Herde, wie kommt es, dass ihr euch über die Kirchen erhebt, obwohl eure Augen trübe und eure Ohren stumpf bleiben? Ihr seht und hört, aber nur teilweise. Oder habt ihr die Linie vergessen, durch welche diejenigen geprüft werden, die das Wort Gottes in ihrer Mitte haben? Habt ihr die Zeit der Prüfung vergessen, die kommen soll und jetzt hier ist? Kleine Herde, die Zeit für die Kirchen der Menschen ist vorbei. Werdet auch ihr im letzten Moment herbeieilen, nur um festzustellen, dass die Tür auch für euch verschlossen ist? Ich sage euch die Wahrheit. Keiner von euch glaubt wirklich. Eure Herzen weigern sich, die Gesamtheit meines Wortes zu akzeptieren. Die absolute Wahrheit dessen, wer ich bin. Keiner von euch wird wirklich glauben, ohne zu sehen. Auch jetzt laufen Tränen über meine Wangen, während ich eure Herzen betrachte. Der Tag des Herrn ist hier, doch nicht einer von euch zittert, nicht einer von euch hat es seinem Nächsten gesagt. Sogar euren eigenen Lieben, von denen ihr sagt, dass ihr sie liebt, habt ihr noch kein einziges Fünkchen von der echten Wahrheit gesagt, bezüglich dem Kern der Sache. Ihr sagt, seht uns an, wir haben gesehen und gehört. Seht, wir sind die wahre Kirche, der Leib des Herrn, eine Kirche ohne Wände. Doch ihr habt euch eingeschlossen und jede Mauer wieder aufgebaut, die ich niedergerissen hatte. Hartherzige Generation, wohlhabende Menschen, denen es an nichts fehlt. Ihr müsst noch eure Rechte von eurer linken Hand unterscheiden lernen. Ich sage euch die Wahrheit, ich bin dabei, die Tür zu diesem Tisch zu schliessen und ihr werdet ganz allein gelassen. Was werdet ihr dann tun, meine kleine Herde? Denn es gibt nur eine Gemeinschaft, die notwendig ist. Doch wer von euch hat wirklich die Anstrengung unternommen, sie kennenzulernen? Deshalb bin ich dabei, diese Festessen zu beenden, denn ich bin die Wiederherstellung, der einzige Weg. Aus diesem Grund muss jede Kirche niedergerissen werden. Ich suche nicht nach einer bequemen Beziehung, noch nach einem Kuss auf die Wange, während ihr schnell an mir vorbeihuscht. Ich suche die Vereinigung. Ihr seid der Wunsch meines Herzens. Ihr wurdet für mich erschaffen, zur Freude des Vaters. Deshalb frage ich euch noch einmal, Geliebte, liebt ihr mich wirklich? Bin ich der Wunsch eures Herzens, eure einzig verzehrende Leidenschaft? Wie es in der Weisheit 68 geschrieben steht, Echte Gemeinschaft entsteht nicht durch Worte, die in einer Gruppe von vereinten Menschen gesprochen werden. Vielmehr beginnt sie im Herzen und wird in der Stille meines Geistes gefunden, wo mein Friede die Gebrochenen heilt und meine sanfte Liebkosung das Herz erfreut. Denn all jene, die zu Füssen des Herrn gefunden werden, sind mit Gnade zugedeckt und jene, die in meiner Liebe bleiben, sind wirklich einmütig, sagt der Herr. Sie sind in der Raum und Gnade, werfen Sie das, und die in meiner Gnade, sind wirklich einmütig, rauchbar, die in der wir gehen, die in meiner Gnade, die in der Weltgone, in der Welt geschaffen,